Hey, hier der Supporter-Channel des Fan-Radios von Borussia Düsseldorf. Eure Stimme zum Tischtennis-Club aus Düsseldorf. Kurze Ausschnitte, O-Töne oder euren Input für das Fan-Radio. Kurz und auf den Punkt. Das ist der Supporter-Channel. Diesmal das Frage-Antwort-Ping-Pong. Was war der beste Win in der Geschichte, in der Karriere und vielleicht warum? Der beste Win-Wichter war gegen Janan in der Swedish Open ein paar Jahre alt. Ich glaube, er war der beste Spieler, den ich habe gewonnen. Und es war sehr speziell, also. Ich denke, es war ein Chance, auf dem Papier, dass ich nicht in der Match in der Vorhand war. Und dann, ich konnte es nach Hause, in der Schweiz, in der Kirche, und die Atmosphäre war großartig. Und ich denke, das ist die beste Tabletanz-Experience, die ich so far hatte.